so jetzt singt dieses events und geht es weiter mit der semi crew trophy da freue ich mich drauf los geht's drei rennen wir nehmen den letzten martin und wollen dieses turnier hier gehen erreicht eine platzierung der top 5 151 dann die zwei darin drei rennen also ja wir machen sie auch nach also platz top 5 und 251 kam und das ding hindurch haben mache ich auch mal klein gehabt das ist die kommen die kommen ich habe jetzt mal konzentrieren auf diese zähne genau so Dieses Ton hier besteht immer aus 3 Rind, nicht aus 2, der Abschluss ist immer 3. Schauen wir mal an der Platz, ich bin mal so frei und guck mal auf das 4. Ich bin mal ganz vorne, das ist auf dem Bauch. Geht's auch. der hat aber ganz schön seine Power, der zieht mir gerade ein bisschen weg jetzt habe ich sie das reine Geschwindigkeitsreit pack ich hin so Runde 2 ich habe jetzt gerade der Porsche der gerade vorhanden geflogen hat aber nein war nicht der Porsche der gerade vorhanden geflogen hat aber nein war nicht aber ich komme nicht weg aber ich komme nicht weg die zweite Geschwindigkeit zu ergeben den Porsche haben ich eben entschieden das wird mir eben geholt so, da ruft sich die Kante, wir werden damit nicht mehr mitgeben aber sie kleben immer noch ein bisschen an der Wacke und dann kommt er jetzt wieder angeflogen noch endlich zwei Siegen im letzten Lauf noch endlich zwei Siegen im letzten Lauf aber das Thema ist noch lange nicht durch gerade jetzt in der Dunkelheit da sind sie wieder ein bisschen weil wir weg ich bin nicht die Kommen ein bisschen zu zögern gegangen jetzt kommt er nochmal ran jetzt sind wir in den Himmel schaffen ich sag ja zweimal heute habe ich zweimal böse in die Wand und gewinnt diesen Lauf mit dem Ruf RGT8 holt sich dann den ersten Laufsieg das ist natürlich jetzt bitter von uns ich wäre vorbei gewesen ich habe die locker gehabt also ich habe die auf der Gerade und ich die kassiert und dann hat die mich zweimal böse in die Wand gedrückt da fiel die richtig auf Asi hatte die richtige den Asi-Rufe also den merke ich mir definitiv ah scheiße man und das nächste Aufgabe renn nummer 2 also die klatsche hätte ich jetzt nicht mitnehmen können also den hat den den habe ich mir gemerkt den habe ich mir gemerkt den kriegst du definitiv nochmal drauf den kriegst du zurück boah ist das ekelhaft gewesen war das nur richtiger Asi-Rufe da war eine wichtige Mitfrage mitzugeben wenn ich nicht vorbeikomme damit du den Lauf gewinnt ich krieg dich noch keine Sorge ich vergesse das Ding dass du mir da nochmal mitgegeben hast das sind so Asi-Rufe den Lauf gewinnt dann hatte ich ja keine Sorge dann hat er mich in die Wand geführt ich habe sie gehabt ich habe sie so gehabt ich möchte mich vorbei ich will die Olle da vorne haben lass mich da bitte einfach vorbei ich bin da jetzt ganz bis zum Angesicht geh weg geh weg geh einfach weg geh weg geh einfach weg ich sag ja ich vergesse dich das ist ein bisschen durchgereicht worden ich habe mich fähr auf der geraden geschlagen ok kann ich noch mit leben gerade so aber die Aktion wie du da abgezogen hast und wenn du mich dann noch auf der laterale bei der Geschwindigkeit zweimal die Wand leicht drückst und das Rennen so zu wenden den hab ich den nicht vergessen aber wohl doch nicht lass die Olle nicht vorbei das wollte ich nicht zweiter wird und dritter wird im letzten äh dann wird er dann äh dann könnte er sich äh äh dann könnte er sich dann gehen wir in den letzten Lauf ich will mit dem Köln Vorsprung in den letzten Lauf glaub mal ich habe die vergessen und dass wenn du mit ihm reisen solltest hol ich dich das wird ja frittert verschwinde dahinter mir ja ja hat's das kann man nicht sagen ich bin schon wieder in der Package probier's doch du hast keinen Schox hier nicht komm ich drück dich ins Kies der FDP den der 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 deswegen war der schränke auch mit drin aber die alle mit dem scheiß bedingst mit dem scheiß porsche alter die hat richtig und gleich in den letzten lauf die hat richtig power die wird mir noch mal richtig eine mit gibt letzter lauf wir müssen egal wie vor dem forscher worden rgth vor ehrlich sind da sind wir noch elf da das ist aber scheiße das ferrari dem weg mit der lasse nicht einfach dass man in ruhe die man bitte jetzt gerade Schaut doch aus! Durfgaben ist mir jetzt beide herzlichen Garten, geh weg! Komm, der Wagen ist wirklich nach vorne. Das ist mir gerade egal. 5. Reicht aber noch nicht um die Gefahr zu geben. Noch sind wir hinter dem Porsche. Geh weg mit dem BMW. 2. Ach ja, brennt mich noch 2 Jahre aus! So, vorbei. Jetzt kann ich den Scheiß-Porsche gewahren haben. Die hat gerade so ein bisschen Probleme mit dem Auto da vorbeizuziehen. Das ziehe ich vor mir. Ich hätte es aber lieber gerne im Rutschspiegel. Jetzt die entscheidende letzte Runde. Wer macht es? Ja. ,, ,, ,, ,, Leider, die wegkommen. Das ist nicht wahr, mit dem Scheiß-Eising-Move da vorne in dem Mercedes-Benz. Das ist nicht wahr, mit dem Mercedes-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz. Das ist nicht wahr, mit dem Mercedes-Benz-Benz-Benz. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, dass ich ganz so fair auf die Reihe bekomme. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's mit dem nächsten Cup weiter. Bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.